Willkommen zurück, mein Engin, zu einer weiteren Folge von Heroes of the Noob. Mit immer noch dem Tortchen und dem Laptail. Geschätzte Wartezeit, 21 Sekunden. Ja, okay. Ich hoffe irgendwie, dass es jetzt die Map ist mit Wüste und so. Ich weiß gerade nicht den Namen. Happy des Himmels? Wer mag die denn? Ich habe gestern welche im Team gehabt, die mochten die. Also lach nichts. Ich kann die gar nicht ab. Ich mag die auch nicht. Ich habe die zweimal gespielt und ich finde es eigentlich ganz gut. Okay, da habe ich auch gegen Bots gespielt. Ja, gut. Ich mag die gar nicht. Also, weil man halt die ganze Zeit nur um hin und her rennen ist. Ja, gut. Sind wir jetzt gerade auch. Ja, gut. Ja, ich mag sie nicht irgendwie, weil... Ja, egal. Erzähl du. An meine Zuschauer, die ich eventuell auch noch ein bisschen habe. Hier oben seht ihr meinen Battle... Wie heißt es? Battle Tag, genau. Battle Tag. Könnt mich gerne adden. Dann werde ich einfach mal random Leute mit reinnehmen. Den habe ich als Reittier in WoW. Den Rabenfürst. Ja. Okay. Cool. Glaube ich. War es der? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ne, warte, ne, ist was anderes. Wir waren in der Uni. Ähm. Und da war ich das erste Mal drin in Heroisch. Und da war eine Drop Chance von 0,001% auf den Drachen des Nordwinds. Oder was weiß ich wie der heißt. Okay. Und ich habe den bekommen. Hübsdix. Ja, auf jeden Fall. Ich breche auf. Also wir sind danach mit ein, zwei Leuten. Ja, wir sind danach mit ein, zwei Leuten noch mal reingegangen in die Uni. Um es zu gucken, ob es denn noch mal droppt und es ist einfach nie gedroppt. Ja, gut. So. Ich habe jetzt eine köstliche Milch nebenbei. Führer, geh runter. Nicht hoch. Gott. Please. Was? Worauf wartet ihr noch? Jetzt habe ich in die Statistik geguckt und vergesst den Start. Ah stimmt, die Map hatte ich schon mal. Ja, aber ich erinnere mich nicht, was man hier machen muss. Aber wie gesagt. Tauchen und die Wute auf. Ja, und die muss man halt einsammeln. Und wenn du drei Tribute hast, ist dein gegnerisches Team verflucht. Das heißt, die Force schießen nicht mehr, nicht so nah ran. Scheiße. Die Force schießen nicht mehr und die Minions haben nur einen Lebenspunkt. So, den Satz zu vollenden. Okay, Entschuldigung. Oh nein. Ich habe Zagara auf meiner Lane. Okay, wir haben Nova und Tyrael. Wird schon wieder kein cooles Match. Irgendwie nicht so, nee. Allein wenn ich Zagara, die mal auf der Lane habe, ist das immer scheiße. Und die hat die Scheiß-Zerks geschwört. Aber bei uns geht's ganz gut. Ja, mal zurück, was? Ähm. Ähm, ähm, ähm. Ich würde gerne auf Kommentare, sonstiges, wenn es denn was gab, ich weiß mal nicht so genau, eingehen. Ich muss mal wieder anfangen, WoW zu spielen. Boah, ich will zunächst auch mal anfangen. Das ist halt wieder ein Spiel, wo ich mich fest suchte, genau wie City Skylines und dann habe ich einfach, äh, einfach so. Bei WoW interessiert es mich null in die Inis zu gehen. Doch, das macht am meisten Spaß dann irgendwann. Wenn du eine feste Gruppe hast, mit denen du da reingehst, dann kriegst du heil. Nee, mich interessiert nur die Lore, wenn ich ehrlich bin. Die was? Mich interessiert bloß die Geschichte. Ja, die Geschichte ist auf jeden Fall richtig gut. Dafür bezahlt man ja auch genug bei Blizzard, ne? Aus meiner Meinung würde ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht spielen. Ich bin kein Typ, der gerne grindet in MMOs. Ich spiele nicht, sondern nicht gerne mit festen Gruppen. Oh, ich sehe es oben. Hm, aber ich sehe sie. BZW, ich bin allgemein kein MMO-Typ. Nicht die echte? Ja, ich habe mit so Leuten wie Rompe da oben, Cat und so weiter. Aber bei Cat ist es halt das Lustige. Sie spielt meist Heiler. Ist aber gleichzeitig auch mit... Geht zum Runden. Geht zum Runden. Achso. Ist aber gleichzeitig mit ihrer Heilerin DD, Support und was was. Und danach gleich zum Tribut. Entschuldigung, dass ich zwischenquatschen musste. Oh, dann ist kein Problem. Ja. Ich habe gerade endlich so gebannt zugehört, dass ich... Hm. Ich komme. Wo ist ein Tribut? Ganz unten, da, wo es leuchtet auf der Karte. Ah, fuck, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Im Frühjahr eigentlich. Darf ich helfen, weil ich an der anderen Seite bin? Ich versuche, mich nicht weiter irgendwie durchzulaufen. Die Jagd geht weiter. Ich habe gestern... ...ne Livestream-Aufzeichnung geguckt. Da hat einer im ICE geleistreht. Das fand ich ja geil. Im ICE hat er einen neuen Livestream gemacht. Guter als ICE... Äh, ICE-Internet. Ja. Ist zwar ab und an mal abgebrochen und so, aber er hat es wirklich geschafft, eine Runde zu spielen und auch zu siegen. Sehr gut. Wenn man sonst nichts zu tun hat. Ja, einfach einen A-Ram einfach mal im ICE-E machen. Hier. Haben wir es denn bekommen, irgendwie. Haben wir es denn bekommen? Ne, die Gegner haben es. Unten siehst du ja das. Oh. So, jetzt kommt das nächste. Perfekt. Gleich alle hin. Wieder an der selben Stelle vor allem. Ne, es ist ein Stück weiter rechts. Vorher war es, äh, was da links in der Stütze. Am besten. So, rechts klick drauf, Enter. Genau. Perfekt, wir haben es. Quatsch. Super. Versuche hier unten mal zu helfen. Jo. Ein kluger Schachzeug. Fähigkeiten sind gleich ready. Weiß ja. Legs. Und ich stehe viel zu sehr an der Gegner-Matte. Die singeln uns. Ja, den krieg ich noch. Komm. Nein. War so knapp. Der hatte doch nichts mehr. Wieso ist er nicht gestorben? Pisser, ey. Yes. Na, geht doch. Ja. So, ich geh mal in die Mitte. Das nächste wird wahrscheinlich oben sein. Also kommt mit. Ich komm mal mit mit. Ja. Mach das. Bzw. vielleicht gehe ich hier auch lieber top. Was weiß ich. Ja, bleib. Oder entweder kommst du mit mir, dann kannst du mir helfen, um die Söten abzuwerben. Jo. Nächste Tribut kommt, oder? Ja. Ja, bis es oben. Warte zum Tribut. Am besten such dir ein Gras in der Nähe und versteck dich da drin, enter. Hier so, genau. Ups. Weil dann können wir uns immer ganz gut trappen. So, du gehst hin, genau. Versuch du ruhig. Na, ist noch doch. Gut. Na, da kommt der. Fäger, Sagara. Hier auf den Diener. Wo sind denn alle? Tyra jetzt schild unten, du legst einen Hintern nicht. Also ich bin down. Ah, ich auch gleich. Wenn es so weitergeht. Dann mag sie mal Zeit schinden. Nee, es wird nichts. Kampf, geh weg. Wie ihr wünscht. Ähm, der wird. Aus der Höfe? Röfter bist du top? Bord nicht weg. Wie ihr seht. Ich hab gerade so wenig Leben, dass ich nicht mal gegen Rega ankomme. Wie klappt denn da noch? Hm? Oh, wow. Und da waren die Hex. Vorsicht, back-enter. So, hier. Ich pick einen raus. Hier, schnapp sie dir. Ah, gut. Egal. Was mach ich denn? So, ab zum Tribut. Wir sind sowieso schon zu spät. Ja, aber wir haben drei von Linie oben aufgehalten. Ja, und wenigstens sind Nova und Tyrael schon da. Ah, mein Auge brennt. Ja, wow, wo kommt er denn her? Ähm, das war eine richtig, richtig scheiß Idee von mir. Ich war hinter den feindlichen Linien irgendwie. Ja. Das war Dummheit. Das finde ich zu Genüge. Das war einfach nur Dummheit gerade. So, wir haben drei-fach Kill. Daraus machen wir noch einen vier-fach. Ich bitten darf. Er hat seine Rüte auf sich eingesetzt. Einsammeln. Hier. Wayne, oh Scheiße. Ah, er hat seine Rüte raus. Hm, das ist unangenehm. Lockt mich nicht. Ich muss erst mal zum Heilbohnen. Weiß, ich glaube, ich kann gar nicht zum Heilbohnen. Ich hab meinen Morschpit. Wir werden jetzt ruft. Jetzt geh wieder hin. Ich bin fast down. Ist egal. Scheiße, sie haben's. Fuck, fuck, fuck und ich hab'n Leck. Jetzt bin ich verflucht. Scheiße. Scheiße, ich sterbe. Oh mein Gott. Ich hoffe, wenn man eine andere Ulti hat, ich hab' was anderes gespielt. Alter. Ich hoffe, wenn man eine andere Ulti. Ich hab' Rache-Hagel jetzt auf einmal. Geht weiter. Ja, hast du genommen, oder was? Hm. Okay. Die ist auch ganz nett. Ja. Weil das beide Ultis sind gut. Auf jeden Fall. Und jetzt übrigens Lenk verteidigen, ihr Fails. Verteidige mal oben, weiß noch keiner. Ja. Also ich bin jetzt so Bot mit... Sie sind beim Boss? Oh Scheiße. Sie haben den Boss. Ja, ich komm' runter. Ich komm' auch auf den Bot. Beide auf Fernseher spuschen. Ja. Na ja, guck mal, da kommt ein Boss an. Ich hab' mir das gedacht, wow. Nein! Festes Stunt, ey. Ach so. Oh, hey, ich hab' den U-Stand-Hand-Hand-Hand-Hand-Hand-Hand. Ja. Tyra, ihr bewegt doch deinen Arsch hier runter, mein Mütter. Geht ja gar nicht. Alter. Oh, alter. Natürlich die ganze Ulti-AP-Krieg. Hm, was hat er schon? Ja. Ich glaub' die haben sich weggeportet, alle. Ja. Wildner-Lager hier. Ne, da sind sie. Unten sind sie, hier unten kommen zwei. Aus Beut willkommen. Egal. Für das Wildner-Lager. Ja. Setz sinnvoller. Mach mal. Weil die krachten dann nämlich auch die Gegner-Helden an. Über elf. Ich glaub' ich. Ich glaub' ich. Wir sind ja beim, äh, Beobachtungspunkt. Ja, nun hin da. Ich hab' meinen Moshpit. Wir hatten versuchen einzusetzen. So, zweite Tanzen, Attacke. Drei Tanzen. Wir haben natürlich ausgerechnet Wayne uns rausgepickt. Ja, Turell ist ein scheiß Ziel. Könnte ich mal so nennen, ja. Das fühlt mir doch etwas gut. Okay, Rega, hier. Heiße. Ausgerechnet jetzt seine Ulti eingesetzt hat. Es wird nicht Rega, nein komm, komm zurück. Rega zu verfolgen ist nutzlos, weil er sich sofort in sein Reitier verwandelt. Okay. Und, ähm, ja. Wollen wir lieber Nova. Oder Zagara, das geht natürlich auch. Fuck, es sind hier viele. Wo kamen die alle her? Meine Ulti hat nicht getroffen. Ja. Meine Ulti hat nicht getroffen. Besser. Doch, du hast getroffen. Hm? Ja, Turell. Echt? Ja. Ey, ich hab' ne 2-4, ne? Fuck. Kann dir nicht helfen. Ich hab' ne 6-1. Du hast mir geholfen. Danke. Ja. Genug gewartet. Auf geht's. Hallo. Hi. Abklatschen bitte. Ein Törtchen. Eine Ente. Krass. Na, wer schnappt dich mit mir? Du hast eigentlich keine schlechte Idee. Schnell und lautlos. Im nächsten Tribut müssen wir alle zusammen hin. Ja. Unbedingt. Ja, unsere Teammitglieder gehen in die Kämpfe. Guck mal Nova. Okay. Ich setz' meinen Mosch-Pit ein. Hm. Ah, wir haben es nicht getan. Oh, Enter. Oh, ich hatte Legs. Oh. Ach, Mann. Das war so nix mit. Ich dachte, ich komm' mich noch weiter wegrollen. Aber die Geg- Die sind zu doof. Und was macht denn Nova? Warum bist du nicht mitgegangen? Also warum hast du es nicht weiter eingenommen? Ach, ja. Ja, Tyrael. Good job. Wo soll ich denn hin? Ähm. Nach unten, die Söldner. Okay. Obwohl, die gehen oben zum Bass. Glaub ich. Sollten wir mal nachschauen. Ah, Zagara ist beim, äh, Aussichtspunkt. Oh, ich schau mal hoch. Ja, mach das. Vielleicht machen sie auch den anderen. Ich weiß es nicht. Ah, beides wäre nicht sonderlich publikiert. Ja, ich bleib erstmal hier in der Mitte, falls sie da auch bei dir oben sind. Äh, scheinen da hinten. Schau mal unten zum Boss. Ich geh. Ich geh unten klatschen. Komm mit. Die Jagd geht weiter. Hier ist Rega. Okay, die sind auch nicht unten beim Boss. Ah, die sind die Leute quasi hinten auf dem Weg. Ja. Die sind auf dem Weg zum Boss. 100 pro. Was macht Nova dort auch? Dinger. Na, wer schnappt sich mit mir das Söldnerlager da? Bin schon da. Ich geh mit auf Zagara. Wer ist Zagara? In der Angeiz. In der Angeiz. Werbe. Zeiße, verzieh dich. Oh, fuck. Ähm. Zagara ist das Spiel übrigens, das sich auch grad eingesperrt hat. Okay. Okay. Bam. Einfach zurück. Kriegen wir doch. Ist das zu gut? Nein. Ne, ich meine, oh, auch nicht. Nein, fuck. Weil sie alle noch hinterher kamen. Ich breche aus. Ein Talent. Mich kriegen sie nicht mehr. Jura, ihr steht bloß neben den Minions anstatt hier anzupreifen. Mh. Mh. Alter, mal höher. Alter. Wo habt ihr? Gummacht. Oh, please. Was macht Blut für Blut? Ähm, weiß ich grad nicht. Ähm, Blut für Blut ist, ähm, eine Fähigkeit, die auf den Zahlen liegt. Wenn du das auf einen Gegner einsetzt, auf einen gegnerischen Helden, verliert er Lebenspunkte, aber du kriegst dafür welche dazu. Ist ganz nett. Okay, weil es ging grad auf niemanden. Deshalb. Ähm. Ja, das war's. Oder? Oh, Alter. Vielleicht nicht. Also ich hab 25 Sekunden jetzt. Ja. Dann tanzt ich wenigstens noch mal. 15. Ja. War trotzdem eine schöne Runde irgendwo. Von uns dreien? Ja. So. Tadam, 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 Tadam. Danke Leute, das war's dann von der Folge. Ich werd hoffentlich langsam besser. Minimal. Hm. In der nächsten Folge werd ich dann vielleicht mal einen anderen Helden ausprobieren. Und wir sehen uns dann wieder bei einer der nächsten Folgen von Heroes of the Storm. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Oh, shit.